Ja, und ich bin jetzt wieder! Okay, so neuer Hörraum, hier mit meinem Let's Play von Dino Crisis. Und ja. Dann nichts wie weg von diesem Scheißvieh. Oh mein Gott. Bloß weg von dem Vieh. Ich könnte ihn von seinem Leiden erlösen. Ich würde das sogar ziemlich gerne tun. Nach dem, was er mir alles angetan hat. Ähm. Okay, das war vielleicht doch zu viel. But still. I did it. Ich hasse das Vieh. So, da muss ich nicht hin. Jetzt sind wir wieder zurück. Pass das Tray to the pod. Verdammte Twilight Zone! Eww. Eww. Okay, uh, was ist das denn? DDK-Code-Disc-S! Aha! Gotcha! Okay. Immer diese Extra-Türen. So. Sonst gab's hier nichts für mich. Na gut. Dann mal raus. Will you save? Yes, please. Yes, please. Wunderschön. Immer diese Musik changes! Ah! Dudududum. Hm. Und wie viele Plugs habe ich jetzt eigentlich? Vier Stück. Wow. Dann würde ich hier auch fündig werden. Ja. Poison Darts. Aha. Moment. Was ist das? Heat Bullets? Bullets for the grenade gun. Oh. Oh, das hört sich gut an. So, aber erst mal die Poison Darts. Heat Bullets. Du weißt genau, was ich möchte, Baby. Moment. Intensifier, ran doch. Multiplier. Oh. Das will ich aber auch. Moment. Multiplier. Dart L. Nur ein Stück. Hä? Oder? Moment. Zwei davon. Ja. Genau. So, was möchte ich sehen? Intensifier. Ich mix mal ein bisschen. Hope you don't mind. Weil ich merke, dass das sehr viel bringt, tatsächlich, das Mixen. So, das ist die Small-Variante. Dann gucken wir den Intensifier rein. Und drei M-Varianten. Genau, was ich möchte. Hehehehe. So. Now we're good, I guess. Ich röste die hier mal mit den Heat Bullets aus. Nehme das sonst wieder an mich. Erstmal die M-Variante. And now we're good. So, was habe ich denn sonst noch für Items? Durch die Tür komme ich wahrscheinlich noch nicht. Ne. Hätte mich auch gewundert. Moment. Fällt mir jetzt gerade ein. Ich hab noch einen Plug. Später. 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 Haben wir noch genug Zeit. Denke ich. Hoffe ich. Noch ein Vieh. Yay. Ich kann kotzen vor Glück. Ich kann kotzen vor Glück. Ich kann kotzen vor Glück. Jetzt gibst du mal Ruhe. Ah. Okay. Das Thema so schnell respawnen müssen ist Wahnsinn. So. Wo wollte ich jetzt nochmal hin? Stimmt. Hier hin. Da war ja hier die Tür. Yes, please. Okay. Das Spielchen spielen wir also wieder. Ja. 1, 2, 3, 4. Ja, also. Gut. Dann wäre da. Dieses Passwort jetzt. St. Stab. Stab. B. E L E Set E R Stabilizer Okay Ähm, no, diesmal nicht WEEP! Äh Okay, das ist abgefuckter Shit, Mann Wo soll ich jetzt da? Zwei Wege Da komm ich nicht rein Okay Du bist Symbol D Mhm D Davon hab ich jetzt grad nur den Input Nicht den Key Oh Sieht aus so interessant aus, ich möchte überall rein Ah Game Why are you doing this to me? So The door has been unlocked Experiment room hall Ah Hier sind wir wieder Hier sind wir wieder Hm Ja gut Moment Tschüss Tschüss Ich spare mal Ah Hier Ah Stimmt Gut Ich habe drüber hinaus halt vergessen, dass ich jetzt beide Chips habe So So Für Keychip Ich habe ja jetzt beide Fällt mir jetzt so ein Zack Ähm Und Zack Jetzt kann ich Symbol benutzen, oder? Overwrite the data of the keychips Yes, please Leck mich am Arsch Hm Wahrscheinlich den Code, den ich mir nochmal aufgeschrieben habe Zur Sicherheit 0 3 9 2 Ja The magnetic pattern data file 0392 is being displayed Please overwrite the magnetic pattern of the keychips correctly Aha Zwei Stück sogar Hm Okay Was? Ähm Es soll alles leer sein? Oh Hm Ich kann sie auch zu Dings rüberbringen Hm Hm Okay Also am Ende soll das hier ergeben Also das hier kommt soll komplett leer sein und das hier Mhm 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 Ah Ah Ne Quatsch Jetzt sehe ich es Der Der rechte Spalt soll komplett gefüllt sein Während der hier ganz leer ist Achso Now I get it Na dann will ich mich mal ans Werk machen Mhm 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 Zack 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 Das sind die hier schon mal unten Dann bringen wir mal das rote runter irgendwie runter Blablabla Blablabla Kriegen wir schon hin Mhm 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 Das ist schon wieder doof gelaufen Okay Okay Zack Zack So weit so gut So far so gut So far so gut Dahin Die Scheiße Das ist Sehr schön Die 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 So, und was mache ich jetzt damit? Ich meine... Irgendwo muss ich sie ja anbringen. Hm. Irgendwo muss ich die ja jetzt einbringen. Hm. Das selbe nochmal. Wo könnte es jetzt hingehen? Oder gehe ich jetzt gerade den falschen Weg? Das kann natürlich auch sein. Weil ich ja so dumm bin. Hm. Wenigstens dieser scheiß Map funktionieren würde, so richtig. Hm. 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 Ich habe das Gefühl, ich gehe falsch. Zurück. Irgendwo hin muss ich ja. Das kann doch nicht wahr sein. Dass ich jetzt nicht mehr weiß, wohin ich muss. Wieso bist du schon wieder respawned? Meine Fresse. Du gehst mir auf die Nerven. Mir hat es noch keinen Bock mehr, mich um dich zu kümmern. Nein. Du wirst nicht mehr vistaieren, wie ich etwas mehr zu tun kann. Ich muss mich zuschauen, wenn ich dich zu kümmern. Ich weiß nicht, das kommt nicht mehr zu kümmern. Oh, ja. Okay, dann... I guess. Irgendwohin muss ich ja. So. So. Schnell und schmerzlos. Schnell und schmerzlos. Ne. Nein, das war es nicht. Hä? Und was muss ich denn? I'm completely confused. Yay. So bringt mir das nichts. Bis zum nächsten Mal weiß ich hoffentlich, wo ich lang muss. Das ist ja Wahnsinn. Egal, positiv oder negativ, wer hat immer gern gesehen, du warst meine Seite, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Sehr geil. girls. Und vor dem Gott ist es läuerig. Bye. Vielen Dank.